Was ist los? Die Legende vom freundlichen Köbis. Es war im späten 18. Jahrhundert, da wurde ein Baby geboren, dessen Lebensweg von Anfang an vorbestimmt war. Unser kleiner Jakob wollte Köbis werden. Seine Mutter wusste, es wird schwer im Leben für den kleinen Jakob, denn er war ein freundliches Kind und das war keine gute Voraussetzung, um Köbis zu werden. Fortsetzung folgt.